Willkommen zurück zum Java Tutorial. Heute werden wir uns mit Verzweigungen auseinandersetzen und dafür gibt es erstmal einen neuen Datentyp und zwar den Boolean. Das ist ein Wahrheitswert und der ist entweder true oder false. Der hat auch wieder einen Namen, zum Beispiel Wahrheitswert. So, und dann können wir jetzt zum Beispiel hinschreiben true. Jetzt können wir eine Verzweigung machen, das machen wir mit if. Danach können wir eine Klammer aufmachen. Ich kann übrigens das Leerzeichen auch wegnehmen. Ich kann auch 1000 Leerzeichen hier hinsetzen, dass es allgemein in Java meistens egal. Ich kann hier zum Beispiel jetzt auch ganz viele Leerzeichen hinsetzen. So geht es allerdings nicht. Und hier ist alles optional, wie man das gerne möchte. Ich kann auch hier einfach alle Befehle in eine Zeile schreiben, ist dann halt nicht übersichtlich. Gut. So, wo waren wir hier beim Boolean? Wenn ich jetzt hier den Wahrheitswert hinschreibe, dann kann ich jetzt hier etwas ausführen und zwar zum Beispiel, ja. So, das haben wir jetzt schon gesehen, das ist ein bisschen versetzt. Das hier ist ja alles schon versetzt, weil hier diese Main-Methode, die ja Main heißen muss, aufgeht. Und hier geht jetzt die Verzweigung auf. Da geht jetzt nämlich genau eine Zeile drunter auf und jetzt sind wir wieder zurück. Ich kann da jetzt auch noch ein else-Teil festlegen. Das heißt, wenn dieser Wahrheitswert true ist, also die Variable Wahrheitswert true ist, dann wird ja ausgegeben. Ansonsten sagen wir mal nein. Können wir jetzt testen. Ich muss jetzt hier noch eine Zahl eingeben. 500. So, jetzt steht hier ja, weil wir ja hier true hingeschrieben haben. Wenn wir hier jetzt false schreiben, mache ich das hier mal gerade weg. Das auch und das auch. Dann steht hier nein. Wir können uns hier natürlich jetzt auch was anderes ausdenken. Zum Beispiel möchten wir überprüfen, ob denn Name zum Beispiel genau 100 ist. Das dürfen wir natürlich nicht schreiben gleich 100, weil gleich ist immer eine Zuweisung. Hier haben wir ja zugewiesen, Name ist gleich viermal Name. Um jetzt zu überprüfen, ob das gleich ist, benutzen wir in doppelgleich. So, wenn Name genau 100 ist, dann wird ja ausgegeben. Nehmen wir an, ich gebe jetzt 23 ein. Steht hier nein. Wenn ich jetzt 25 eingebe, steht hier ja. Was ich auch machen kann, ich kann direkt hier Name gleich gleich 100 hinschreiben und dann den Wahrheitswert dazuschreiben. Das heißt, der Wahrheitswert ist jetzt genau das gleiche, wie was wir eben auch hatten. Wahrheitswert ist dann true, wenn Name genau 100 ist. So, und wenn der Wahrheitswert true ist, dann 36 nein, 25 ja. Wenn ich jetzt hier ein Ausrufezeichen davor schreibe, dann ist es genau bei 100 nein und bei jeder anderen Zahl ja. Das Ausrufezeichen dreht nämlich immer alles um. Ich könnte hier jetzt auch ein Ungleich hin machen und ein Ausrufezeichen. Dann haben wir zum Beispiel bei 26 ein nein und bei 25 ein ja. Also genauso wie vorher haben wir einfach nur umgedreht. So, jetzt möchte ich mal ein bisschen rumtesten und zeigen, was für Möglichkeiten wir da so haben. Deswegen lege ich jetzt erstmal mehrere Booleans an. Ich könnte hier jetzt natürlich auch genauso gut a hinschreiben. Wichtig ist, dass rechts vom Gleichheitszeichen dann auch ein Datentyp des Typs Boolean ist. Genauso wie hier drin auch ein Boolean sein muss. Ich könnte hier jetzt auch true reinschreiben. True ist nämlich auch ein Boolean. Da kriege ich hier schon direkt eine Meldung, dass das hier nie ausgeführt wird. Wenn ich jetzt hier false hinschreibe, dann wird das hier nie ausgeführt. Sowas macht aber eigentlich selten Sinn. Ich schreibe jetzt zum Beispiel mal a rein. Wenn wir jetzt wollen, dass beides true sein muss, dann können wir hier ein doppeltes und machen und zum Beispiel schreiben a und b. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, wir haben im Internet einen Kasten Bier bestellt und der soll heute Abend dann kommen. Und wenn der kommt, dann können wir natürlich feiern gehen. Wir gehen feiern. Das geht aber nur, wenn hier, wenn es keinen Lockdown gibt. Das bedeutet, Kasten Bier muss da sein und Ausrufezeichen Lockdown, denn es darf kein Lockdown sein. So, wenn jetzt hier der Kasten Bier da ist und Lockdown ist, dann geht das natürlich nicht. Wenn der Kasten Bier nicht da ist und Lockdown ist, dann können wir auch nicht feiern gehen. Wenn kein Lockdown ist, aber der Kasten Bier auch nicht da ist, dann können wir auch nicht feiern gehen. Nur wenn der Kasten Bier da ist, dann können wir feiern gehen. So, jetzt können wir uns natürlich noch vorstellen, wir wollen vielleicht nicht nur ein Kasten Bier haben, sondern wir können ja auch mit anderen Sachen saufen gehen, zum Beispiel einem Wodka. Zum Beispiel haben wir jetzt Wodka da und kein Bier. Und jetzt können wir uns überlegen, wir können jetzt hier auch Klammern reinsetzen, wenn ein Kasten Bier zutrifft oder, und dafür benutzen wir dieses Zeichen, das ist bei Windows, wenn wir Alt-Gr und diese kleiner-größer-Taste drücken, die rechts neben der linken Shift-Taste ist. Sehr gute Ortsbeschreibung. Dann kriegen wir diese tollen Zeichen hier. Und das ist das Oder. Und das ist genau dann wahr, wenn mindestens eins der beiden wahr ist. Das heißt, wir können zum Beispiel jetzt feiern gehen, wenn es Wodka oder Bier gibt. Es kann natürlich auch beides gehen. Dann gehen wir auch feiern. Auch wenn nur der Kasten Bier da ist, können wir feiern gehen. Wenn allerdings nichts da ist, dann können wir auch nicht feiern gehen. Genauso, auch wenn alles da ist, können wir ja feiern gehen. Aber wenn dann der Lockdown ist, dann können wir wieder nicht feiern gehen. Wir haben nämlich hier erstmal das hier, Kasten Bier oder Wodka. Das ist in dem Fall jetzt True, weil mindestens eins davon wahr ist. Und nicht Lockdown. Wenn ich jetzt die Klammer anders setzen würde, zum Beispiel, dann könnten wir feiern gehen, sobald ein Kasten Bier da ist. Egal ob Lockdown ist, das ist egal. Wenn der Kasten Bier nicht da ist, dann könnten wir nur feiern gehen, wenn Lockdown falls ist und der Wodka True ist. Alles andere funktioniert nicht. Wir können jetzt noch was komplizierteres machen, zum Beispiel nicht A und B oder C und und nicht D. Da stellen wir hier noch einen vierten. So, dann gebe ich hier gerade mal Ja aus und einmal Nein. So, da kommt in dem Fall jetzt Nein raus. Wir können jetzt erstmal hier, ich schreibe mir jetzt hier gerade mal einen Kommentar dazu. Als allererstes gucken wir uns die Klammern an. Wir können jetzt mal links anfangen. A und und B müssen beide True sein. In dem Fall sind beide True. Das heißt, das hier ist True. So, dann steht hier ein Ausrufezeichen davor. Das heißt, das ganze Ding wird zu False. Jetzt können wir hier erstmal die Klammer angucken. C ist True und nicht D. D ist ja True. Nicht True wird zu False. C war ja True. True und False. Ein und ist dann wahr, wenn beide wahr sind. In dem Fall ist nur eins wahr. Das heißt, das Ganze ist insgesamt False. False oder False. Keins davon ist True. Das heißt, insgesamt landen wir bei False. Wäre D jetzt False, können wir uns das gleiche nochmal angucken. Das hier ist nach wie vor True. Invertiert dadurch nach wie vor False. C ist nach wie vor True. D ist jetzt False. Nicht D ist dadurch True. True und True wird insgesamt zu True. False oder True wird auch zu True. Das heißt, insgesamt sollten wir jetzt ein True rausbekommen. Ja. So, egal was wir für C oder D einsetzen, sobald wir hier jetzt zum Beispiel ein False reinschreiben, ist ja A False und B zum Beispiel True. Das Ganze hier ist ja wahr, wenn beide True sind. Hier ist jetzt aber nur eins True. Das heißt, das Ganze ist False. Durch das Invertieren wird es zu True. Und da wir hier jetzt ein Oder haben und es da schon reicht, wenn hier nur eine der beiden Bedingungen wahr ist und völlig egal ist, was hier steht, ist, sobald hier nicht beides True steht, das Gesamtergebnis immer True. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier False und False schreibe oder False und True, völlig egal. Ich kann auch hier auch False schreiben und das Gesamtergebnis wird True. Ihr könnt ja da noch ein bisschen rumprobieren und euch irgendwelche Sachen überlegen und das ein bisschen austesten. Das jetzt erstmal zum Boolean als Datentyp. Wenn ich jetzt hier noch eine weitere Zeile hinzufügen möchte, dann sehe ich ja, hier sind wir jetzt schon draußen und dann funktioniert das mit dem Else-Teil auch schon nicht mehr. Wenn ich jetzt aber trotzdem hier mehrere Sachen machen möchte, dann brauche ich eine geschweifte Klammer auf und dann auch wieder eine geschweifte Klammer zu. Wenn ich hier jetzt reingehe, dann lande ich hier drin. Und dann kann ich hier jetzt auch ganz viele lustigen Befehle ausführen. Hier dieses Else muss auch nicht direkt dahinter stehen, aber es darf nichts dazwischen stehen. Und in der Regel schreibt man das immer direkt dahinter. Das sieht einfach am schönsten aus. Und dann in der Regel auch direkt so eine Klammer. Meistens schreibt man die Klammer, außer man ist sich sicher, dass wirklich nur ein Befehl rein muss. Dann kann die Klammer nämlich irgendwann unübersichtlich werden. Ich kann jetzt ja auch eine mehrfache Verzweigung machen. If, c, und, und, d, dann, jo, als, nö. Und dann landen wir hier bei nö, sind aber trotzdem hier noch drin. Und dieses Else bezieht sich jetzt auf das If und das Else trotzdem weiterhin auf dieses If. Das waren jetzt erstmal Verzweigungen. Ich hoffe mal, das war verständlich erklärt. Und im nächsten Video werden wir dann eine Karawane erzeugen und da Kamele hinzufügen. Bis dahin. Das war's.